Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, die mittlerweile fünfte Jugendstudie präsentieren zu können. Dazu wurden 2300 Jugendliche befragt und haben uns interessante Einblicke in ihre Lebenswelten gegeben und damit auch eine gute Grundlage für politische Entscheidungen. Vorbereitet worden ist die ganze Befragung mit Jugendlichen des Landesschülerbeirats. Damit war die Jugendstudie nicht nur eine Information über Jugendliche, sondern ist ein Jugendbeteiligungsprojekt und ein Jugendbildungsprojekt. Themen der Befragung waren Freundschaft, Geld, Medien, Schule, Freizeit, Engagement, Werte und die Zukunft der Jugendlichen. Und neue Themen sind in diesem Jahr zum einen Politik und Du. Jugendliche sind an Politik interessiert und wollen mitgestalten. Und trotzdem erklären sich 22 Prozent mit Demokratie unzufrieden. Und über 70 Prozent nehmen kein politisches Angebot außerhalb der Schule wahr. Das zeigt, wie wichtig die Demokratiebildung in der Schule ist. Wir haben darauf mit dem Leitfaden Demokratiebildung zu diesem Schuljahr reagiert und die Beteiligung mit Demokratiefragen, politischen Fragen in der Schule verstärkt. Der zweite, das zweite neue Themenfeld ist ab ins Ausland, oder? Und es ist gut, dass nur ganz wenige Jugendliche, knapp zwei Prozent, bisher noch nicht im Ausland gewesen sind. Auch Schüleraustausche, schulische Maßnahmen spielen dabei eine große Rolle. Erfreulich ist für uns im Kultusministerium, dass sich über 80 Prozent der Jugendlichen in der Schule wohlfühlen und sogar über 84 Prozent sich in ihrer Klasse wohlfühlen. Eine gute Anerkennung für die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer. Ich danke für die Vorbereitung an der Jugendstudie der Jugendstiftung Baden-Württemberg und dem Landesschülerbeirat für die gemeinsame Arbeit und das Engagement für die Jugendstudie und natürlich allen Jugendlichen, die sich daran beteiligt haben. Viel Spaß Ihnen bei der Lektüre. Viel Spaß Ihnen bei der Lektüre.